Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es Euch gefällt. Appenzell in der Schweiz Man fährt auf Meterspur. Abenteuer Abenteuer Untertitelung des ZDF, 2020 Das Appenzeller Land im Sommer. Das Appenzeller Land im Sommer. Das Appenzeller Land im Sommer. Von Heiden hinunter nach Rorschach am Bodensee. Auf Normalspur mit Zahnstange. Das Appenzeller Land im Sommer. Wieder bergauf. Im Hintergrund liegt der Bodensee. Die Strecke von Appenzell nach Wasserauen bestand im August 2012 100 Jahre. Daher verkehrten nostalgische Züge und es gab ein Bahnhofsfest. Applaus Applaus Der Bahnhof Wasserauen ist Endpunkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020